Die Erzählungen sollen dazu dienen, dass die Sinne angeregt werden. Es gibt keine Tabus und keine Grenzen. Sie werden es sich auf dem Boden bequem machen und alle Positionen hemmungslos ausprobieren. Sie paaren sich inzestiös, treiben Eheboden und solubieren. Deinen Auge früher wagen sie bezaubern, heute blendet nur noch Licht. Es riecht nicht nur erschaudern, stell mir bitte keine Fragen, halt doch einfach nur den Mund. Denn deine Worte sind nicht heile, sondern eher ungewohnt. Bitte vergiss mich, bitte vergiss mich nicht, bitte auch vergiss mich, bitte, vergiss mich nicht, bitte auch. Ich bin gestein, ich bin gestein, ich bin gestein, ich bin gestein.